scharfschützen und ihre werkzeuge liebe interessenten liebe sammler in diesem video zeige ich euch einige stücke die ich von einer militarien börse mitgebracht habe es geht um einen todesschuss und am ende wieder wie gewohnt ein unboxing liebe interessenten liebe sammler leider drei tage verspätet aber es ist nun mal so und zwar habe ich vier tage auf einer börse in der nähe von koblenz diese termine werde ich euch in zukunft auch mitteilen ich habe mit dem veranstalter gesprochen und dadurch auch diese termine mitteilen die sind im märz und im september nächsten jahres eine sehr interessante börse ich habe sehr viele sammler und auch kontakte und auch gespräche geführt mit gleichgesinnten und konnte ich eine konnte euch einige stücke mitbringen die ich euch heute zeigen möchte wir beginnen und zwar mit einem ersten weltkrieg zielfernrohr und zwar von der firma dr walter gerard ich habe bewusst dieses zielfernrohr mitgebracht da ich im letzten video euch eins vorgestellt hatte was ich bekommen hatte und zwar ein dr walter gerard es ging im letzten video um dieses zielfernrohr ein tatsächlich originales zielfernrohr aus dem ersten weltkrieg in stahl ich hatte zum schluss noch angemerkt dass dieses oder was dieses zielfernrohr ungewöhnlich oder außergewöhnlich macht ist dieses abgeschliffene also hier man nennt es weiß fertig also hier ist keine brünierung oder irgendwelche beschichtungen auf diesem glas und dann habe ich euch zum vergleich ein originales mitgebracht wiederum wie es tatsächlich so auf einem scharfschützengewehr verwandt worden ist hier sieht man genau den unterschied also im oberen zielfernrohr habe ich die gleichen erkennungsmerkmale es ist ein stahl zielfernrohr es ist gemarkt mit oder graviert graviert mit dem hersteller dr walter gerard eine dreifachvergrößerung hat eine gewährnummer vierstellig und einen folgebuchstaben wie das untere auch sind die gleichen firmen so wurde es wie im oberen reich im oberen zielfernrohr zu sehen ist ausgeliefert man kann ganz klar noch hier vorne am objektiv und hier in der mitte die spuren der obermontage erkennen die ist also abgemacht worden entfernt worden es hat in der höhenverstellung in der scheibe auch die gemarktung 1 bis 10 wo wir schon darüber gesprochen haben hier noch mal ein ganz klares erkennungsmerkmal also es handelt sich hier um bau gleiche zielfernrohr der gleichen firma und hier bei dem mitgebrachten so wie es halt ausgeliefert worden ist mit einer schwarzen prünierung ich habe in der letzten im letzten video angemerkt dass es wirklich oder dass die zielfernrohre nur als prünierte zielfernrohr ausgeliefert worden sind und das ist muss ich mich berichtigen nicht ganz richtig in erster linie ja es gab von zwei verschiedenen firmen gab es ausnahmen und zwar die bekannteste ausnahme ist eigentlich von der firma fürs von der firma fürs gab es tatsächlich zielfernrohre die mit einem dunkelgrünen tarn anstrich ausgeliefert worden sind diese zielfernrohre oder dieses zielfernrohr werde ich auch noch vorstellen in einem weiteren video wo es nur speziell um die zielfernrohre des ersten weltkrieges geht also hier nur mal zum vergleich dass ihr es sehen könnt das untere ist ein dr walter gerard wie das obere nur das untere ist komplett abgeschliffen meiner meinung nach des weiteren habe ich euch zwei schutzhüllen mitgebracht aus dem zweiten weltkrieg hier handelt es sich um schutzhüllen russischer natur also diese schutzhüllen wurden verwandt zum abdecken und zum schutz der zielfernrohre der sogenannten pu zielfernrohre von den russen auch die die auf dem musik nagant verbaut waren hier handelt sich zum binden um ein sehr frühes modell es wurde einfach über das zielfernrohr gelegt und unter dem gewehr festgebunden um so das zielfernrohr vor äußeren widerungseinflüssen zu schützen haben das ein frühes modell und wir haben ein spätes modell das auch nach 1945 verwandt worden ist oder es könnte auch sein dass es hergestellt worden ist erst nach 1945 da war es hier schon ganz deutlich zu sehen mit einer schnalle das ähnliche material material eine etwas andere farbe grün eben war es braun aber es wurden halt eben viele materialien verwandt weil es viele hersteller gab für diese dinge ja und es handelt sich hier ganz einfach um ein frühes und ein spätes modell zum schutz der pu zielfernrohre der russischen zielfernrohre im zweiten weltkrieg ganz besonders stolz bin ich auf einen sogenannten zf 41 behälter den ich hier in der hand halte also hier bei diesem stück handelt sich um eine frühe version die frühe version kann man daran erkennen wenn ich den behälter öffne befindet sich in der innenseite dieses behälters ein rohr kann man hier deutlich erkennen ich hoffe dass ihr es sehen könnt und in diesem rohr wurde der reinigungspinsel haben aufbewahrt das rohr wurde ist hier auch zu erkennen verschraubt an der unterseite mit dieser schraube dieser ziel von rohbehälter hat aus gut material hier eine gut schlaufe die wurde am gürtel des soldaten angebracht und dieser behälter wurde hier ist eine schlaufe dran an den verschluss ich möchte jetzt ziemlich schwer also das heißt ich kann jetzt ziehen und kann diese diese diesen verschluss hier an diesem knopf einrasten lassen genauso kann ich nochmal öffnen also bei diesen alten zielfernrohren zieht man hier nicht an diesem gut material ziehe ich da ein paar mal dran und aufgrund des alters würde das reißen sollte man nicht tun wenn ich das öffne habe ich hier gesagt hier kommt das zf 41 ein auf dieses zf 41 werde ich noch in einem anderen separaten video natürlich im speziellen eingehen hier wird einfach nur mal kurz der behälter den ich erworben erwerben konnte vorgestellt in diesem oberen teil in diesem deckel gibt es hier noch ein ein klein kleine möglichkeit zwar unter der klappe konnte man hier dieses sogenannte klarion tuch also ein reinigen stuch unterbringen und auch diese regenschutzrohre konnte man hier in diesem oder diesen das eine regenschutzrohr konnte man hier verstauen in diesem unter dieser kleinen klappe also hier wie gesagt ein frühes modell in der sogenannten einheitsfarbe in einem sehr guten zustand auch nochmal ich würde sagen recht ungewöhnlich aber hier auf vielen behältern ist keine nummer drauf hier steht eine vierstellige nummer und ein folgebuchstaben also hier ist dieses dieser behälter ist ganz klar einer oder war einer waffe und einem zielfernrohr zu ordnen also ein frühes modell recht selten zu finden ich bin froh dass ich bekommen habe ein zf 41 behälter so und zum nächsten stück habe ich mir oder hatte ich mir sehr viel gedanken gemacht es handelt sich hier eigentlich um eine grausame entdeckung ich nenne es jetzt nochmal so aber es geht hier um autentität authentität um ehrliche um ehrliche mitteilungen wie gesagt nicht um verheirlichung von irgendwelchen kriegsgeschichten hier geht es um wichtige informationen oder um anschauliche informationen ich konnte ein ein belegstück erwerben was leider mal indirekt mit meinem thema zu tun hat und zwar es handelt sich hier um zwar ich habe die übersetzung bekommen es handelt sich hier um einen toilettenbeutel eines japanischen soldaten dieser toilettenbeutel beinhaltete persönliche gegenstände und wird es so auch noch mal an die familie zurückgesandt der soldaten und dieser soldat wurde leider 1938 im kriegsgeschehen tödlich verbundet in diesem beutel wie gesagt persönliche dinge und auch ein so genanntes feldbuch hier sieht man die japanischen schriftzeichen also die übersetzung ist gerade am laufen wie der soldat hieß weiß ich mittlerweile einiges wurde schon übersetzt hier steht alles handgeschrieben wie bei uns bei den damaligen zweiten weltkriegsdeutschen soldaten wer macht angehörigen im soldt buch wird hier alles eingetragen oder wurde alles eingetragen von den dementsprechenden vorgesetzten und diese diese schriftzeichen werden jetzt übersetzt hier ist alles dokumentiert über diesen soldaten ja das war dabei und dann durch zufall konnte ich erkennen durch was dieser soldat zu tode gekommen ist wie gesagt ich habe mir lange überlegt ob ich zeigen soll aber es ist einfach so und es war in dem krieg so entkriegen so es geht hier teilweise um grausame dinge krieg hat seine eigenen regeln oder auch keine wie auch immer aber wie gesagt das hängt mit meinem thema zusammen dieser soldat hatte eine geldbörse ammann und diese geldbörse die ich hier in händen halte die war dabei die steckte dem soldat in der linken brusttasche hier oben drin und bei näherem hinsehen konnte ich erkennen dass dieser soldat von einem scharf schützen durch die geldbörse tödlich getroffen worden wurde dieser geldbörse erkennt man hier den einschuss dieser schuss ging durch die geldbörse komplett durch hier durch hier weiter und alle papiere die hier drin waren seine karten etc wurden durch diesen schuss durchschlagen hatte ich durch zufall gesehen makaber und grausam aber es war leider so der soldat kam durch diese verbindung zu tode es ist ein belegstück für mich hier möchte ich euch zeigen wie diese kugel diese geldbörse traf die kugel kam von oben geschluckt die geldbörse und trat wieder hier aus ja so ist krieg das ist die aufgabe der scharfschützen so leid es mir tut aber es gehört auch zu meinem thema und ich setze mich auch mit solchen sachen auseinander oder muss mich mit diesen sachen auseinandersetzen und auch die als beleg oder als information euch weitergeben jetzt kann man sagen was man will dazu grausam wie auch immer aber es war so und wie gesagt hier habe ich ein belegstück ich weiß wer der soldat heißt ich sag den namen nicht ich erinnere an diesen soldaten hier es war so ist 1939 gefallen so ist es so jetzt machen wir weiter und zwar das traurige thema ist vorbei jetzt machen wir weiter mit einem unboxing ich habe noch mal ein paket geschickt bekommen von jemandem freue ich mich jedes mal wie gesagt darüber gerne können sie auch wenn sie oder ihr wenn ihr irgendwas in der richtung habt mir zu senden ihr findet meine e mail hat das im video immer eingeblendet und ich werde euch auch mal eine telefonnummer einblenden und dann könnt ihr mich anrufen und wenn er irgendwas in der richtung habt könnt ihr mich gerne kontaktieren ich freue mich wie gesagt für jedes paket dass ich hier aufmachen kann okay also dieses paket ist mir wieder zugesandt worden in der zeit wo ich jetzt auf der börse war wie gesagt immer noch mal überraschend was mich hier erwartet immer wieder schön zu sehen dies die zielfernrohre sind gut verpackt hier ist eine doppelte verpackung hier ist auch noch ein brief dazu den möchte ich jetzt aber nicht vorlesen aus gründen der diskussion ich werde mir später durchlesen also hier handelt sich um ein wo drüber vorher gesprochen haben also diese dieser zielfernrohrschutz gehört oder war für dieses zielfernrohr bestimmt hier halte ich ein pu in der hand also ein russisches pu glas eine dreieinhalbfache vergrößerung und wie gesagt dieses dieser schutz dieser frühe schutz war für dieses zielfernrohr was macht dieses zielfernrohr jetzt außergewöhnlich also ich habe es so noch nie in der hand gehabt und zwar es gibt bei zielfernrohr ein so genanntes regenrohr und dieses riesenrohr kann man hier sehen dieses rohr regenrohr denke ich ist noch aufgesteckt ja so sieht es aus hier halte ich das eigentliche zielfernrohr in der hand klare durchsicht was dieses zielfernrohr ungewöhnlich macht ist ganz einfach dieses rohr dieses regenrohr ist normalerweise dazu bestimmt man steckt das aufs okular aufs objektiv entschuldigung aber hier in dem fall steckt es tatsächlich auf dem okular das heißt wenn ich das hier auf das okular auf stecke und schaue durch dieses zielfernrohr durch ich habe hier eine ganz kleine durchsicht und dann muss ich so nah mit dem auge an dieses zielfernrohr an würde ich jetzt schießen also wird sich der schuss lösen und ich diesen brell schlag entschuldigung würde dieses zielfernrohr dieses rohr mich am auge treffen also ich habe normalerweise einen augenstand um die zehn zentimeter und hier muss ich ganz rangehen dass ich überhaupt was erkennen also das ist äußerst ungewöhnlich das habe ich in der form noch nicht gesehen es könnte sein und zwar wir haben hier diese sichel hammer und sichel mit dem stern wobei ich sagen muss diese hammer und diese sichel sind irgendwann mal ich vermute mal nachträglich sieht es fast so aus mit einem elektro gravierer eingraviert worden normalerweise ist die gravierung sehr scharf und man kann es ganz genau erkennen also hier wie wie gesagt sieht es aus als wenn es nachträglich angebracht worden ist zu den zielfernrohren also zu sagen also pu wurde hergestellt natürlich in russland aber nach dem krieg auch in tschechien in rumänien und auch weiterhin verwandt bei der nva also dda und es könnte sein dass dieses zielfernrohr in der dda weiter verwandt worden ist und dass es sich hier auch nicht um ein regenrohr handelt sondern es könnte sogar eine eine vorrichtung sein zur vorab justierung dieser zielfernrohr das heißt wurde so ein zielfernrohr auf eine waffe aufgebracht und für den treffer punkt einigermaßen vorab einzustellen hat man dieses gehe ich mal davon aus dieses rohr verwandt dass man ein oder zwei schüsse abfeuern konnte und dann hat man gesehen wo der schuss sich auf der scheibe auf dem ziel befand und ich denke mir dass es sich hierbei um eine sogenannte voreinstellung handelt ich müsste es ausprobieren ob es noch weitere pu zielfernrohr passt das kann ich natürlich später machen also hier ist auch noch mal ein ring zu fühlen also das scheint wirklich jahre auf diesem zielfernrohr fest gewesen zu sein also außerordentlich ungewöhnlich hier haben wir jetzt ein fall da muss ich mich wie gesagt selbst noch mal schlau machen sowas in der richtung habe ich nur noch nie gesehen ich habe es mal gelesen und ich vermute mal dass es sich hier um eine vor oder eine vorjustierung um eine um eine vorrichtung handelt zur vorjustierung eines zielfernrohrs wie gesagt ich vermute mal ddr nva aber eine vermute ich mache mich noch schlau ich kann nicht alles wissen wie gesagt aber ich gehe jetzt mal davon aus ich freue mich auf jeden fall dass mir noch mal ein zielfernrohr geschickt worden ist mir handelt es sich natürlich um so wie ich das sehe um eine recht seltene geschichte ich habe so ein rohr oder ein aufsteckrohr noch nie in der hand gehabt wie gesagt mit dieser ganz kleinen durchsicht aber wie gesagt ich mache mich schlau mit weiterhin noch mal informationen liefern und werde werde es in einigen oder in einem der nächsten videos noch mal zur sprache bringen wo es speziell um diese russischen russischen zielfernrohr geht ja liebe interessenten liebe sammler das war es wieder für heute in diesem video hoffe ich dass ihr euch dass ich euch noch mal einige interessante teile aus dieser zeit vorstellen konnte ich hoffe dass euch dieses video gefallen hat hat es euch gefallen hinterlasst mir bitte in der unteren zeile ein like und ich würde mich sehr freuen wenn ihr diesen kanal oder meinen kanal abonnieren würde in diesem sinne wünsche ich euch einen schönen tag bis zum nächsten mal euer volker